und ganz ehrlich bevor ich die jetzt benutze wollte ich mich jetzt nach einer london nur um zu gucken ob ich mit meiner theorie recht habe ich glaube das ist die feuerhüterin direkt an die bonfire aber ich bin da recht nicht sicher und da ich mir nicht sicher bin probiere ich das einfach wenn nicht kann ich immer noch zurück porten oder den benutzen nee ist es nicht ich hätte schwören können irgendwo in einer london gibt es die ich davon heilen kann ich hätte ich schwören können aber okay das archiven des herzoges alter crawl wie lange willst du futtern mann frisst du ein ganzes spanferkel oder so dann machen wir doch mal next level hier geht es da draußen weiter eventuell ja aber ich muss da runter alles klar okay in der london der rote typ auf dem geisterdach ich enttäusche dich nur ungern da steht keiner mehr auf dem wer penser ab ich aqu es it ich them Oh Gott. Oh Gott. Rechts raus. Oh Gott. Oh Gott. Das ist total, was du mit rechts raus meinst. Diese ganzen Abzweigungen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinlaufen soll. So viele Möglichkeiten rechts zu gehen habe ich hier. Rechts raus. Ich meine, ich vermute, du kannst irgendwie die Dinger hier bewegen. Ich muss rechts raus, wo das Regal im Weg steht. Ja, dann suchen wir doch mal den Hebel. Wenn ich raten müsste, wo der Hebel ist. Ich gucke mal Pi mal Daumen in die Richtung, wo der ist. Ungefähr da oben. Einfach nur so geraten. Bewegen wir uns doch mal hoch. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da-da-da! Von hier bin ich gekommen. Okay, ich muss auf die andere Seite rüber. Oh, really? Okay, die IC wassache ist. Kann ich jetzt irgendwie rüber oder so? Hm. Also bisher ist es eigentlich ganz angenehm hier, muss ich gestehen. Wenn man einfach alles ignoriert, was so rumläuft, ist es sehr angenehm. Wie drehe ich die Treppe? Ah. Das ist sogar keine Mimic. Ich bin... Alter, was kriege ich denn jetzt? Das funkelt die Tarnit hinterhergeschmissen. Weiß ich jetzt, wo ich es nicht mehr brauche? Okay, ich kann die drehen. Was bringt mir das jetzt spontan? Lass ich hier oben lankern. Okay. 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 Magic. Muss ich die Treppe aufdrehen? Sieht fast so aus. Die dreh ich aber von einer Etage tiefer. Ach quatsch. Mein Gott, haben wir es bald mal. Hey, Zauberschild. Das war die Idee, die ich auch hatte, Gambling. Das war echt original dieselbe Idee, die ich hatte. Ich war zuerst am überlegen, wie komme ich auf die Treppe drauf, bis mir dann eingefallen ist. Ja, ich könnte ja einfach drauf fallen. Dude, das hier ist sehr strange. Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh mein Gott. Okay. Warum kindeln hier Leute? Sind die bescheuert? Da war der Schalter. You don't say. Ist mir gar nicht aufgeschalten, dass da ein Schalter war. Ja. 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 Das ist mir echt spontan nicht aufgefallen. Aber ganz ehrlich, wenn du den Weg einmal kennst, ist das kein Weg mehr. was? Ja. 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 Dämlich. Ach, da vertue ich mich gerade so mit meinem Weg. Ne, eigentlich vertue ich mich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Warte, warum? Naja, ich hätte die Treppe noch gedreht, Rabi Sniper Bob ist ein guter Bob Sniper Bob ist ein guter Bob Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich direkt auf die zweite drauf kam Nee, nee, Rabi, er hat schon recht Er hat schon recht, I can show you This Treppe is right, I can just go on it Hier komme ich jetzt raus, ne? Hier komme ich jetzt raus, ne? Hier mamy einen schönen Tag Ich werde die Treppe noch schütteln Abonniert euch das drei Und wie, beim ersten Wiener